Guten Tag, in diesem Lehrvideo des AstroPolarity Fernstudiums geht es im Bereich der Prognostik und hier im weiteren innerhalb der sogenannten Pyramidenrhythmik um ein Beispiel, in dem gezeigt werden soll, wie der kleine Pyramidenrhythmus, 52 Monate pro Feld, mit dem großen Pyramidenrhythmus, 76 Monate pro Feld, korreliert. Denn Sie wissen möglicherweise ja schon, dass die Pyramidenrhythmik der AstroPolarity Lehre im großen Unterschied zu allen anderen rhythmischen Lehren, die es gibt, zum Beispiel der Münchner Rhythmenlehre oder dem Alterspunktsystem von Huber, dass der Pyramidenrhythmus oder vielmehr besser gesagt die verschiedenen Pyramidenrhythmen nicht einfach nur parallel unabhängig nebeneinander laufen, sondern dass die inhaltlich miteinander korrespondieren. Das will ich Ihnen an einem entsprechenden Beispiel mal erläutern. Wir haben hier das Geburtsbild einer Frau, die ist im Moment aktuell schon auch weit über 70 Jahre alt, aber ich habe sie mal vor vielen, vielen Jahren beraten und da erzählte sie mir dann in dem Zusammenhang, um den es ging, auch die folgende Geschichte. Sie hatte im Alter von 38 Jahren eine ganz extreme Begegnung mit einem Mann, extrem in dem Sinne, dass in dieser Beziehung allertiefste Gefühle in ihr ausgelöst worden sind, einerseits tiefste Gefühle von Liebe, die sie so in überhaupt keiner Weise gekannt hat und von denen sie auch geglaubt hatte, dass ihr so etwas niemals widerfahren könnte und gleichzeitig entstand aber auch fast zeitgleich in ihr das Gefühl oder beziehungsweise besser gesagt die Angst, dass sie diese Liebe sofort wieder verlieren könne. Und diese Angst hat letzten Endes diese dann auch nur relativ kurzfristige Beziehung, die aber halt extrem intensiv war, vollkommen dominiert, sodass also das Gefühl der Liebe erstickt worden ist von der Verlustangst, die in ihr gleichzeitig auch hochgekommen ist. Das, was ich eben so skizziert habe, das ist im Grunde genommen Originalton der Konstellation Mond-Saturn. Und wir finden in diesem Geburtsbild eine zweifache Mond-Saturn-Konstellation, einmal durch den Saturn in 4, in Feld Nummer 4, was dem Mond und Krebs entspricht. Und dann hat der Saturn auch noch eine Opposition hier rüber zu dem Mond, der in Feld Nummer 10 steht, was dann sozusagen auch sogar die dritte Mond-Saturn-Konstellation wäre. Also ein Mond in 10, ein Mond Opposition Saturn und eine Saturn in 4. Das ist also dreimal Mond Saturn. Das ist schon ziemlich heftig, so nach dem Motto, dass man davon ausgehen kann, dass diese Frau zum Zeitpunkt ihrer damaligen Geburt sozusagen unbewusst oder die Seele unbewusst sicher gehen wollte, da eine entsprechende Mond-Saturn-Erfahrung machen zu können. Ich klicke mal den Saturn hier an und in diesem Programm hier wird dann immer hier unten angezeigt, hier an dieser Stelle, in welchem Alter, in dem Falle der Planet Saturn, in dem Falle im kleinen Pyramidenrhythmus 52 Monate pro Feld ausgelöst wurde. Das war hier, wie Sie sehen, 1975 im Mai, da war sie 38 Jahre alt. Das ist also exakt genau die Altersangabe, die diese Frau auch gemacht hat, dass sie im Alter von 38 Jahren da eine Bekanntschaft, eine Beziehung zu einem Mann hatte, die sie niemals für möglich gehalten hat und die ihr aber eben halt einerseits ihre Liebesfähigkeit, andererseits aber auch ihre tiefe Traumatisierung im Sinne der enormen Verlustangst in dem Falle, dass wahre Liebe auftaucht, vor Augen geführt hat. Wenn wir jetzt mal den Rhythmus wechseln auf den großen Pyramidenrhythmus 76 Monate und dann wieder hier unten auf den Saturn gehen und das anklicken, dann sehen wir, dass hier unten, also an der gleichen Stelle, das ist sehr wichtig, der nachfolgend, weil er ja langsamer ist, 76 Monatsrhythmus auf dem Saturn im Alter von 56 Jahren 1993 war, also von 38 bis 56, das sind 18 Jahre. Der kleine Pyramidenrhythmus hat also den Saturn überlaufen im Alter von 38 Jahren und 18 Jahre später, im Alter von 56 Jahren ist der große Pyramidenrhythmus dann auf denselben Punkt, das ist sehr wichtig, wenn man den großen und kleinen Rhythmus vergleichen will, auf denselben Punkt gekommen. Ja, und was ist passiert? Also wir können ja davon ausgehen, dass gemäß der Astro Polarity Lehre, wenn ein Merkmal und zwar jetzt auch rein räumlich gesehen in einem Geburtsbild, also hier der Saturn in vier, wenn der ein zweites Mal nach der ersten Auslösung des kleinen Pyramidenrhythmus durch den großen ausgelöst wird, dann ergibt sich inhaltlich genau das gleiche Thema, natürlich aber, weil ja Jahre vergangen sind, in dem Fall hier sogar 18 Jahre, ein, also von der Form her natürlich ein anderer Vorgang, aber inhaltlich genau das gleiche. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass im Alter von 56 Jahren, wo der Saturn also wiederum, aber im großen Pyramidenrhythmus ausgelöst worden ist, ein im Prinzip inhaltlich gleiches Ereignis stattfand. Und hier war es sogar auch im formellen Äußeren so, da hat diese Frau also wieder jemanden kennengelernt und in diesen 18 Jahren dazwischen war da in dieser Richtung nichts. Sie hat wieder jemanden kennengelernt, der ihr dieses so benötigte Gefühl wahre, authentischer Liebe, wie das bei Monsatron eben halt eigentlich alternativlos gewünscht wird, beschert hat. Gleichzeitig ist diese Frau aber natürlich 18 Jahre älter geworden und im Alter von 56 Jahren also auch schon ein doch recht gereifter Mensch. Und insofern war sie in der Lage, diese Beziehung aufrechtzuerhalten, die sogar dann auch dazu geführt hat, dass die beiden geheiratet haben. Und sie hat also in dem Sinne es geschafft, ihre in der Regel gleichzeitig auftauchende Verlustangst in dem Moment, wo also die wahre Liebe am Horizont erscheint, im Griff zu haben, also in die Schranken zu weisen. Wir haben in der damaligen Beratung relativ lange, und das gebührt sich auch bei einer Monsatron-Konstellation auf jeden Fall, über dieses Thema von dem Wunsch nach wahrer Liebe und der enormen Angst und dem Wecklaufreflex, wenn sie denn auftaucht, gesprochen. Fakt ist, und es geht ja hier vor allen Dingen erstmal um das Thema der Pyramidenprognostik und der Korrelation zwischen dem kleinen und dem großen Rhythmus, dass das ein sehr gutes Beispiel ist dafür, dass eben halt in einem bestimmten Alter, und das war 38, der kleine Rhythmus hier über den Saturn läuft und dann 18 Jahre später in diesem Falle der große Rhythmus im Alter von 56 Jahren rüberläuft. Fakt ist, und das ist auch eine ganz wichtige Konsequenz, die Sie auch in gegebenenfalls Beratungsgesprächen, die Sie später führen werden, berücksichtigen müssen, diese 18 Jahre, die hier zwischen der gleichen Auslösung, in dem Falle des Saturnen 4 liegen, sind sozusagen wie eine Zeit, die vergeht, um eine bestimmte Aufgabe, die sich einem Menschen stellt, im kleinen Pyramidenrhythmus zu einer Lösung zu führen, was dann der Zeitphase des großen Pyramidenrhythmus entspricht. Sie wissen wahrscheinlich aus den Audiodateien und auch aus den Skripten, dass der kleine Pyramidenrhythmus, der 52 Monatsrhythmus, eine Aufgabenstellung gleicht und dass der 76 Monatsrhythmus, der große Rhythmus, dann eine Art Lösungsabfrage symbolisiert. Diese Frau hat im Sinne der 18 Jahre, die sie dazu Zeit gehabt hat, eine Lösung für das damalige Problem sozusagen zu finden, hat diese Lösung offensichtlich gefunden und sie ist heute nach ihren eigenen Angaben glücklich verheiratet. Soweit, vielen Dank.